Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu meinem ersten TikTok Best-Off auf diesem Kanal. Viel Spaß beim Video. Hab dich gefunden! Verpiss dich! Ich hab dich! Nee, das ist jetzt total unfair, ne? Du willst mir sagen, dass du mich als erstes gefunden hast, obwohl Jakob selbst in einem Busch ist? Jakob, komm her! Ach man! Du wirst jetzt dran mit zählen. Doch, doch. Ja, okay. Einfach dran. Hab dich! Hallo, das war unfair. Du schummelst, du zählst jetzt nochmal. Doch. Nee? Doch. Ja, nee. Wenn ich jetzt nochmal zählen muss, dann geh ich. Hallo. Ach, hallo Max. Hat Samuel Zeit zu spielen? Ja, ich frag ihn mal schnell. Samuel. Ja? Hallo Samuel. Hallo Max. Hast du Zeit zu spielen? Ja, ich komme. Hast du die Hausaufgaben gemacht? Äh, ja, hab ich gemacht. Na gut. Doch bis zum Sonnenuntergang, wenn das Abendbrot auf dem Tisch steht, erscheinst du wieder zu Hause bitte. Dankeschön. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Jedes Kind früher. Jetzt ein Schluck Kindersekt. Ist er nicht Alkohol? Klar. Hier, großer. Mama, ich glaube, ich bin getrunken. Äh, nein. Ich bin getrunken. Ich muss kopfen. Nein, doch nicht. Johnny, ich hab richtigen Erwachsenensekt getrunken. Und jetzt bin ich Alkoholiker. Alles Gute. Ich bin so getrunken. Getrunken. Das sag ich Mama. Johnny, du sagst dir nicht, dass ich getrunken habe. Doch, mach ich. Das verkräfte ich nicht. Jetzt brauch ich Stoff. Und zwar das harte Zeug. Ich hab dich gleich. Verpiss dich. Hab dich. Hallo, ich hatte dich. Was spielt, Stopp? Jetzt hab ich dich aber. Nein. 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 Ich spiel gar nicht mit. Wie, du spielst nicht mit? Du hast die ganze Zeit mitgespielt. Nee. Ich spiel wieder mit. Nö. Tja, Pech. Das hast du jetzt davon. Jetzt spiel ich nicht mehr mit. Wie man als Kind seine Mutter ausgetrinzt hat. Du hast die Spülmaschine nicht gemacht. Jetzt gibt's Handy. Nein, mir bitte nicht meinen Fernseher weg. Hm? Dann gibt's Fernsehenverbot. Oh Mann, das ist so scheiße von dir. Pech. Tja. Hätt's dir voll überlegen müssen. Was ist die, du? Versteckt oder nicht, ich komme. Samuel? Samuel, ich seh dich. Das kann gar nicht sein, dass du mich gesehen hast. Dann hast du geschummelt. Nein, hab ich nicht. Entweder du ziehst jetzt nochmal. Oder schlade dich nicht zu meinem Geburtstag ein. Bleib stehen, ich hab dich gleich. Fang wir ihn anders. Verpiss dich. Verpiss dich. Hab dich. So, das war's. Jetzt reicht's mir. Jetzt hol ich meinen Papa. Der ist bei der Polizei. Der verhaftet dich. Der knallt dich ab. Echt? Übertreibt doch mal. Mein Bruder ist in der Elfenklasse. Der Akte, der kann dich einfach schlagen. Übertreibt doch mal nicht so. Na, du loser? Mein Bruder ist in der 13. Klasse. Und mein Bruder ist 20. Mein Bruder ist 50. Da ist er ja ein alter Sack. Mein Vater arbeitet bei der Polizei. Ja, na und? Und der hat eine Waffe. Und wenn du dich aufpasst, knallt er deine ganze Familie ab. Max, du hast jetzt verloren. Du musst jetzt ins Tor. Nee, das ist mein Ball. Und ich entscheide, was wir mit meinem Ball machen. Äh, du gehst jetzt ins... Na, 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 na. Du, wir sind in unserem Club. Steht für Robert. C steht für Christian. Okay, kann ich mit euch spielen? Das müssen wir ganz kurz in unserer Geheimsprache besprechen. Oh, was ist denn jetzt? Einen Moment, okay? Ah, ah, ah. Ah, doch, das ist genau. Ja oder nein? Nee. Dann geh ich halt. Ja, dann geh doch. Was waren das denn für welche, ey? Du kommst eh nicht zu unserem Geburtstag! Hab dich! Nee, das gilt nicht. Du hast nur mein T-Shirt berührt. Hä, bist du dumm? Das gilt nicht. Ey, pass doch auf. Hey, pass du mal auf. Mein Vater arbeitet bei Epic Games, ne? Der bann gleich all deine Accounts. Dieses eine Aggro-Kid aus der Klasse früher. Na, warte! Kimberli, lass das! Na, du kleiner Loser! Kimberli, Kimberli, lass das! Kimberli, wütend! Du rutschst hier nicht runter! Kimberli, lass das! Lass das gerade her! Aua, das tut richtig weh! Na, warte! Kimberli, ja! Kimberli, lass mich! 21.30, versteckt oder nicht? Hab dich! Das kann gar nicht sein, dass du mich so schnell gefunden hast. Du schummelst, du murgelst! Hä? Wo sind die denn? Hä? Es ist ja wohl klar, dass Lisa da ist. Och, Manno! René ist da. Und Max ist da drüben. Wow! Ey, du schummelst! Du spielst ganz sicherlich nicht mehr mit. Dann verpätze ich euch jetzt. Frau Martin! Frau Martin! Ja, warte halt! Oh! Diese Kinder, die früher einen Club hatten. Kann ich mit euch spielen? Äh, nein! Bin jetzt erstmal runter von deinem Grundstück. Aber zackig! Runter! Ja, besser ist es, wenn du gehst. Und weißt du, warum du jetzt gehst? Denn wir sind die drei Ausrufezeichen. Ja, dann geh ich halt auf das Karussell. Siehst du nicht, wie cool ich bin? Du bist ein Nerd und ein Loser. Geh ich halt wieder. Ausrufezeichen! Dieses eine Kind, das früher immer gelogen hat. Kann ich das auf deinem Handy spielen? Klar. Ich hab auch ein iPhone. Das Allerneueste. Ja, dann zeig mir das morgen mal. Äh, nee, meine Eltern wollen nicht, dass ich das mitnehme in die Schule. Weil es sonst geklaut wird. Mhm, sicher. Cool, ich kann aber auch ein Salto. Echt? Oha, cool, zeig mal. Äh, nee, der Boden ist ein bisschen zu hart dafür. Aber ich kann einen Porzelbaum. Meine Eltern sind reich. Ohne in einer richtig krassen Villa. Hä, echt? Ich hab gedacht, du wohnst in dem ranzigen Zuppendorp. Dafür hab ich einen Basketballplatz. Pfff. Ich bin Katie. Ich bin Sarah. Und was ist mit dir? Ich bin eben anders als die anderen. Und zusammen sind wir der Knochenbrecherclub. Wenn du dich jetzt nicht abzischst, dann gibt's einer. Ähm, dann geh ich eben wieder. Andreas, lass mich. Lass mich, Andreas. Andreas, wir dürfen dich mit Stein werfen. Och, Andreas, Mann. Andreas, wütend. Andreas, hör auf jetzt. Andreas. Kinder früher ohne Grund. Mein Bruder ist in der zwölften Klasse. Wow, mein Papa ist 50. Ach echt, mein Opa ist 100. Mhm, dafür darf ich schon Spiele ab 18 spielen. Dafür darf ich schon Filme gucken ab 20. Cool, dafür darf ich schon Erwachsenen-Cola. Dafür hab ich ein Fahrrad ohne Stützräder. Was, das ist voll unfair. Pech, du Loser. Jedes Kind früher beim Einkaufen. Mama, kann ich das haben? Nein, Samuel, das haben wir schon zu Hause. Nein. Gut, dann fahr ich halt jetzt ohne dich weiter. Guck mal, Samuel, ich hab dir auch was mitgebracht. Mama, warte. Warte, Mama. Jedes Kind früher, wenn es neue Schuhe hatte. Hast du neue Schuhe? Die alten 500-Euro-Träsler. Ja. Na, was haben deine Freunde zu den neuen Schuhen gesagt? Äh, kann ich mitspielen? Zu tanzen? Äh, nee. Zu singen? Äh, nein. Was machst du dann überhaupt hier? Ich mein, das ist der Sing- und Dance-Club. Kannst du das hier, du Loser? Pose, Pose, Pose. Oder das hier? Ah. Dann geh ich halt wieder. Besser ist es. Ja. Hi, kann ich mit euch spielen? Nein, du kommst nicht in den Club der drei braven Stuten. Linda. R steht für Renate. M, Maike. Darf ich jetzt mitspielen? Nee, du spielst nicht mit dem Pony-Club. Du weißt, er hat nicht mal wie mein Pferd sattelt. Maike. Ruhe. Ruhe, Maike. So, Leute, das war's mit dem YouTube-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Hi, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Ciao. Ciao.